Hallo Freunde, ein weiteres Video für das Neujahr-Video. Ja, hier in dieser schönen weißen Landschaft. Ja, ich musste hier ein bisschen kurz weitermachen. Hier vorn es zu regnen. Ja, ich finde es eigentlich noch echt schön hier. Wie sie die Schneeflogen gemacht haben. Ja, was ist dieses Jahr eigentlich mein Ziel? 2021. Ja, das Ziel ist, ja. Eigentlich dieses Jahr wieder an die Zürcher Game Show zu gehen. Also an die Zürcher Game Show. Und an die Fantasy Basel wieder. Zu gehen. Eigentlich. Und ja. Also ein paar, vielleicht drei, vier Jahre vor euch ein paar. Ja, es ist eine Zürcher Game Show vielleicht. Ja. Wer weiß das schon. Ja, wir können doch mal kurz gucken, ob man hier nicht eine bessere Feuerwehrskörper kriegen. Nein, nicht du. Dich. Nein, habe ich doch schon. Ja, hier war ich davon mit. Ja, ich habe das ja. Oh. Jetzt ist endlich Nacht. Ja. Happy No Year. Ja, was ist eigentlich das Ziel eigentlich? Wie gesagt, Zürcher Game Show. Das ist eigentlich mein Ziel. Eigentlich dieses Jahr. Noch. Was soll ich ja dieses Jahr machen, wenn es geht? Fantasy Basel. Wenn ich das irgendwie hinkriege, da hier was geht, die sehen wir mit und ja, dieser Möhl. Das ist nichts. Ja. Eigentlich habe ich das einfach in der Hand gewartet. Ja. ja hier sieht man es eigentlich auch so gut ja und das ist eigentlich mein Ziel dieses Jahr auch noch echt viel von dem Dünnjahr ja auch weitermachen mit meinem ähm Ding wie sagt man ja hat echt viel noch von meinen äh die hat noch ein bisschen auf hohe Level gekommen halt noch also ja gut wir haben ja letztes Jahr gut über diese 1000 geschafft das finde ich ja noch toll ja oh so die billige nein das war eben eigentlich so echt gut fand ich echt noch toll was ist das denn ja nein das hatte ich ja letztes Jahr eigentlich noch ein bisschen vor aber jetzt ein bisschen ruhiger habe ich ja letztes Jahr vorgehabt also diese 1000er Marke hatte hatte ich ja eigentlich hoffe ich geschafft Nato hat ja ihr Püß abgegangen ja und äh ja das war echt krass eigentlich ja ja ich hoffe auch wie gesagt ihr habt ein bisschen schöne Feierfesttage und das neue Jahr hoffentlich auch ein bisschen ja 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 das war ja echt lustig eigentlich ja 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 auch ja 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 ist der ding und soja dass diese tage noch etwas und so aber wir waren jetzt toll und wie gesagt hoffe ich kann dieses jahr noch bis genuss reißen dann leck mich doch aber jetzt kann es platzieren hier nein gehen nicht na gut dann anständig nein und jahr 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 ihr seid doch jetzt alles rassistenschweine lassen wir mal noch vor nein was sind das Arche Kröten Arne Katzenalarm kann ich irgendwas anderes passieren okay nein warte mal keine Lamaß und hier schade oh nee was wird er runter du blöder Kaol ja und das war eben echt noch lustig ja das war doch echt lustig ja das war doch echt lustig ja ich will hier absteigen ja 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 du bist du drauf oder was ja das war echt lustig ja eigentlich ja kann man ernsthaft ein dracheneie platzieren ja 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 irgendwas wunderschnell kann man jetzt den drachen hier ist hier ja 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 das ist das ist echt komisch jetzt hier eigentlich ja ja wie gesagt eigentlich wollte ich noch ein paar Projekte fertig machen einfach noch dieses Jahr auch noch äääh ja und dann schauen wie es eigentlich weiter läuft allgemein mit dem ganzen Kanal also keine Sorge es wird schon weiter gehen ich würde auch noch ein paar noch ein paar andere sachen noch machen aber ja so ja und ja wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen fetten daumen nach oben da schreibt mir in die kommentare was ihr eigentlich für dieses jahr das ziel gesetzt habt wie gesagt eigentlich dieses aber wenn ich große ziele gesetzt nur zur game show und fantasy wieder dieses jahr wenn ich will wieder gehen ja und ja ich hoffe euch hat es gefallen mit den letzten fetten daumen nach oben da schreibt mir in die kommentare was ihr davon haltet seid ihr auch dieses jahr bei der zürich game show der fantasy ich schaue dass ich dieses jahr kann mitkommen dass ich kann gehen ja mal wieder mal eine lustige folge kleines terror gemacht ja man sagt gewahrt den fetten da oben da wie gesagt bitte abonniert mich wenn ihr noch keine abonnenten seid wenn du schon abonnenten bist aktiviert die glocke um nichts weiter zu verpassen was gibt es noch ja folge mich bitte auf twitter und instagram ist mein titelbild über den abonnenten das ist auch mein zweitgenau verlinkt zum nato rp schalten dort vorbei und sonst hat es sonst noch videos gemacht habe und ciao leute das ist joitende Vielen Dank.